Do you like him? Ich schwöre, ich mag ihn so sehr, ich werde ihn so vermissen. Joel, I will miss you. Guck mal, jetzt gehe ich weg und achte, wie er bei mir bleibt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal sein Haus an. Can we go in? Ja. Es ist so voll hier, unglaublich. If you think I go to the townships, we go to the townships, you think they will rub me? You walk around yourself. You are my friend. 100%. Don't try it. Don't try it. There is one guy from Germany, who didn't hear in the news. He has been missing since last year. I think they killed him. They killed him? Yeah, from Germany. He was taken on the news. He was very old guy. He was 20 years old. Ojemine YouTube, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es geht in die townships. Für die, die nicht wissen, was townships sind, townships sind die ärmsten Viertel in Südafrika. Die Viertel, wo es kein Essen gibt. Die Viertel, wo es kein Strom gibt. Wo die Menschen wirklich hungern. Ich habe hier einen Freund gefunden. Er ist mir wirklich ins Herz gewachsen. Ich liebe ihn. Sein Name ist Jean-Claude. Er holt mich jetzt ab mit seinem Auto. Und dann fahren wir zusammen in seine Township, wo er lebt. Und da ist er. Ne, da ist er nicht. Wo ist Jean-Claude? Okay, Jean-Claude ist da. Oh mein Gott, hier ist der Pré. Oh, Jean-Claude. How are you man? I'm good, thanks. How are you? Good, good. Thank you, thank you. How are you? I miss you. I miss you too. Jean-Claude, visit the townships. Also, who are the townships? The township is where black people are very concentrated and it's very dangerous. Most of the township is very, very dangerous for you, even for me to go there. That's why I said you cannot go to any township just like that. And you have, what is Strom? You have Strom there? Okay. Electricity. Electricity, no. There's no electricity in my township. And how you charge the phone? Yeah. Maybe if you have money, you buy the solar system. Um Licht in deren townships zu haben, muss er jeden Tag mit so einem Solarsystem zu einem Freund gehen in der Stadt. Wir sind hier gerade in dieser Stadt. Er muss das voll laden bis abends und dann abends kommt er wieder hier hin, nimmt das mit und dort haben wir dann für den ganzen Abend Strom. Living here? Yeah, he's living in this house. Das ist das, womit er sein Licht jeden Tag macht. Come, I take it for you. Give me, give me. Guck mal, extra für eine Steckdose kommen die hier hin. Travelli? Ey, ich hab so Gänsehaut. Also wir holen gerade für seine Siedlung Essen und er will so langfristiges Essen. Er hat recht. Zuerst habe ich gedacht, wir verteilen ein bisschen warmes Essen und so auch. Natürlich Freunde, ich bin selber nicht reich. Bei Gott, ich bin nicht reich. Ich bin mit meinem letzten Geld hierhin gekommen, aber ich hab auch das letzte Geld zusammengekratzt um den armen Kindern hier was zu geben. Ich will das nicht machen, damit ihr sagt Deno Ehrenmann. Ich will das machen, damit ihr das auch macht. Mein Gott, damit ihr das macht. Sag dich zu mir Ehrenmann. Schreibt jetzt alle einmal in den Chat Deno L. Einfach aus Prinzip. Weil ich kein Ehrenmann bin. Aber von der weiße. Dieser ist mit Körnern. Es ist eher... Es ist eher... Gut, oder? Es ist eher ein Eiweiß. Es ist größer als mein Kopf. Schaut, es ist größer als mein Kopf. Schaut, es ist größer als mein Kopf. Es ist größer als mein Kopf. Es ist größer als mein Kopf. Ich bin hier seit 20 Jahren. Und wo bist du? Ich bin von Kongo aus. Aber ich bin hier in Kapital. Wie alt bist du? Ich bin 50 Jahre alt. Du kannst du mein Großmutter. Oh, Großmutter, sorry. Jetzt werden wir die Musik hören. Böller, warte, warte. Du machst den Unfall schnell. Das ist wie du dannst? Ja. Der Chef aus diesem ganzen Dorf kommt jetzt rein. Wir sind jetzt mit dem Chef aus der Stadt. Und er denkt, wir machen ein Foto. Können wir mit einer Seite in einen Platz haben? Okay. Kannst du in einen Ort gehen? Ja, das hat schon sehr. Das tut mir richtig im Herzen wie auf alles. Wow Abigail you are so pretty, I swear, look her, hey, so pretty. How is this name? Do you like him? He likes people, right? Let's make a veteran. You know what a veteran is? Who is the first? Who is there? On three we run. One. Two. Three. Let's go. The main reason why we are here in the Township is the houses, the streets, the children, the house. Hello, bro. You don't speak English? I can speak English. Very good. By God, friends, I will not show you anything, I will not show you anything, because I have a little bit, but what I have, it works out, to make a couple of families happy. And by God, I don't do that with this video, I'm a proud man and so. Bro, come here, come here. You know nothing to catch up? What? Give one of this, make me, make so? Ah, ah, Junge, it's too hard, man. This was too hard. But only do you know, by God said, I'm not here to do something crazy. I actually just want to do something good for people. This is a childhood dream of me. And maybe you will have a chance to do something. Some of you have already done it, but we are live here. Here are the whole family. And I am happy. I am here to make these people happy. Because when they are happy, I swear I am happy too. I know you don't have a lot, but to give your heart. Yes. That is what matters. And we are so happy for that. Thank you. I want to get in handy! I want to be happy. Oh no! I want to be happy. That is what matters. I am happy. Was ist dein Name? Wie alt bist du? 11? Das ist für dich, okay? Du bist so süß, ich versuche. Lass gehen, Bruder, lass gehen. Von uns? Joy, Joy. Von allen Leuten hier, wer ist dein Best Freund? Oh mein Gott, man! Ich schwöre, ich mag ihn so sein, ich werde ihn so vermissen. Joel, ich will dich sehr missen. Du willst auch? Ja. Komm, oi, 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 oi. Lassen meine zwei Freunde. Oh mein Gott, der Hund, er wird mich aufschauen. Du willst jemanden in Deutschland grünen? Ja. Wer? Kannst du Shireen David grünen? Ja. Ich liebe Shireen David. Ich liebe Shireen David. Ich liebe Shireen David. Ja, Mann. Ich liebe Shireen David. Ich liebe Shireen David. Du bist ein bisschen Angst, warum? Du sprachst? Ich glaube, der kann nicht reden, ne? Ich muss das jetzt einmal testen, warte. Ich muss den mit dem Ball abwerfen. Ich muss den mit dem Ball abwerfen. Danke. Ey, der hat keine Emotionen. Du musst ihn lieben. Ich sehe es. Was ist dein Name? Ja. Mein Gott erinnert. Oh mein Gott, er gerät! Oh mein Gott, hier ist unser Hund. Bye, 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 Doc. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. der schief geht jetzt auch schief bye bye all right thank you for all i have one question i was scaly to ask you because you are the chef okay but why is on your t-shirt here is a written fat boy maybe because of i'm too i'm afraid you never know no you have six pack have a great time thanks we are finished it was a great great time with you i swear you are really in my hearts and um you know i want to give you something for joy your son you love going too much for your son because i like him so much and i swear when i saw him he saw like a lion and i know he's a lion you will fight and when he will be bigger i want that he take this with this this is a lion okay and please give it to joey i will give it to go